Ja ne Jacke einfach. Das ist halt gar nicht so Gangsta-Rap, diese Jacke. Stell dir vor ein Video von dir hätte 500.000 Views gemacht, was hättest du damals gedacht? Und ich bin... Ja, ich habe mir gedacht, wir sollten doch mal auf alte Videos reagieren. So, das heißt, was wir jetzt machen ist, dass wir reacten auf alte Videos von dir und mir, die wir zusammen gemacht haben und erzählen dazu so ein paar Sachen. Können so ein paar Funny-Stories erzählen, können so ein bisschen sagen, wie peinlich das ist, weißt du, so. So, das ist zum Beispiel ein Video, das haben wir zu zweit gemacht. Da haben wir How It Is von Bibi in verschiedenen Styles gemacht. Rezo 9. Wir haben schon letzte Woche mit Bibi. Es reicht jetzt. Rezo 9. Rezo... Ich weiß nicht, warum waren wir denn so? Das Ding jetzt, ich schäme mich nicht, aber ich denke mir halt auch so, das war ne andere Zeit. Ja, das war so ne andere Generation, also vor 20 Jahren. Ja. Das war okay, aber das war so zwei Jahre. Alter, du hast noch ne andere Nase. Ja, einfach ne andere Nase. Du hast einfach ne andere Nase. Es ist langsam... Und da sieht man, Ju ist an dem Shot 11. Ich spät doch, ich bin hellwach. Was eigentlich nicht geht's, weil ich sollte pinchen. Du, du, deine Jacke einfach. Das ist halt gar nicht so Gangsterrap, diese Jacke. Guck mal, wie ich gucke. Das macht gar keinen Sinn. Aber du guckst auf jeden Fall schon... Aber hey, du bist ja bö... Du bist ja am abgefucktesten hier. Näh. Meine Freundin war Schluss und das bringt mich was um. Sie hat nicht meinen Grund und ich bin... Ey, 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 das ist so geiler ist. Das ist so funny, ey. Aber trotzdem, also es soll gar kein Front sein. Ich bin so dankbar für alle Leute, die mal spontan einfach in die Videos reingedroppt sind. Voll. Und einfach so ne Crowd gebildet haben. Voll, voll, voll. Wir hatten die coolsten Statisten immer. Die kamen auch immer gefühlt mit der kompletten Familie. Ja. Sick, wirklich dankbar. Und auch immer so spontan. Es war immer so, ja, okay, heute denkt man sich das Video aus. In drei Tagen muss es fertig sein. Das Ding ist, ich erinnere mich auch dran, dass du nicht so geil im Lipsinken warst. Und das hier ist gar nicht, gar nicht der Text. Das macht gar keinen Sinn. Das war einfach nicht der Take. Wir hatten den gar nicht. Stimmt, ja, ja, stimmt. Wir haben den gar nicht mal aufgenommen. Deswegen habe ich irgendeinen Take drüber gelegt, wo es ungefähr gepasst hat. Das war zu Hause bei der Mutter von Rob. Jimmy. Jimmy. Stimmt. Das ist auch die Mutter von Jimmy da. Ja, nee. Stormclamp. Ja, Mann. Das passt schon. Das passt schon. Das ist halt kein, das Ding ist, das ist halt kein Kontrabass, ne? Das ist ein Cello. Das heißt, das spielt man gar nicht so, wie ich das da spiele. Aber... Das streicht man eigentlich. Mhm. Eigentlich so zwischen den Beinen. Aber wir brauchten ja einen Kontrabass. Das ist halt... Damals war sehr viel so einfach improvisieren mit dem, was man hatte. Das ist Killa. Das ist geil geworden. Finde ich doch heute geil. Ey, das ist strong. Das ist strong. Das ist strong. Das ist ein Kippen-Werbung. Das sehe ich so als Kippen-Werbung. Ja. Dass wir auch nicht mal hinterfragt haben, was tun wir denn hier? Also einfach so, ja, wir sind jetzt Cowboys. Kleb dir ein Bart an. Ja. Wir brauchen ein Pferd. Ja. Das war nicht meine Frage. So, es war so, ja, wir wollen dann so Country machen. Alles klar, dann orgeln wir ein Pferd. Bis wann? Bis morgen. War das nicht noch so nachts in der Schule? Ja, nachts in der Schule irgendwo in Brand. Ja, sind wir irgendwie nachts in irgendeine Schule rein? Ja, Mann. Wie ich einfach nur Scheiße gespielt habe. Das ist geil. Wie einfach Marius so dann. Ja. Aber das ist das Ding. Nur bei diesem Punkigen habe ich mich immer so wohl gefühlt. Also da kam so mein Chor raus. Aber auch einfach, dass wir dann einfach so, ja, wir brauchen noch einen für Drums. Marius, ja, was machst du gerade? Ich soll eigentlich Kamera machen. Komm an die Schlagzeuge. Das ist einfach deine Mutter. Das ist einfach deine Mutter in der Mitte. Oh, das kommt noch was richtig geiles gleich. Jetzt kommt's. Stimmt, das war nice. Das war sehr geil. Und soll ich da jetzt mal einen Insider erzählen? Was hat sich gleich? Guck mal, wie gut wir beide tanzen. Das ist so sick geworden. Guck mal, wie krass wir beide tanzen. Das Ding ist, hier geht ja das Licht an und ich stehe rechts und du stehst links, aber die vorderen Shots, wo Leute tanzen, das ist beides du. Das ist beides du. Schon cool, schon nice, schon schön. Das ist mein Face, wenn ich ein Tier sehe. Das ist mein Face, wenn ich ein Tier sehe. Das könnt ihr jetzt als Emote nutzen und immer wenn ein Tier kommt, könnt ihr es rein spammen. Wir haben einen kleinen Flex noch. Ja, kleiner Flex zum Schluss. Übertreib, Alter. Das nächste finde ich richtig strong, strong produziert. Ey, ich bin da zu dance. Warte, ist das noch einen zweiten Part-Deck für das? Die ganze Crowd, fahr mitmachen. Ey, kein Scheiß. Ey, kein Scheiß. Wenn wir das heutzutage noch einmal machen würden, ne? Dann wird das niemand gucken. Glaube ich auch. Das hat so 500.000 Views. Wir machen dann so eine ganze Woche Arbeit. Wir geben uns so voll. Wir machen nichts anderes. Streamen, nichts anderes. Sagen alles ab. Sagen Netflix, tut mir leid, geht nicht. Junge, wir müssen das machen. 500.000 Dislikes. Und du sagst, es wird niemand gucken. Und ich so, ja, nur 500.000 Leute. LoL. Oh mein Gott. Wir sind so verwöhnte Bastarde einfach. Ja, wirklich. Nur 500.000. Ja, wir sind wahrscheinlich ein bisschen verwöhnt. Weil damals war das halt so, stell dir vor ein Video von dir hätte 500.000 Views gemacht. Was hättest du damals gedacht? Wie ich erhange. Ey, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Damals war wirklich so, ja, Channel tot. Bei 500.000 wäre Channel tot gewesen. Ja, wirklich. Ja, wirklich. Einfach weinen. Kannst du mal kurz einen Shot machen, wo du weinst? Das ist alles klar. Er hat so oben noch gelebt. Okay. Okay. Es ist schon spät. Es wird Zeit für mich zu bennen. Leider wünscht es kein keiner von. Ich kenne diesen einen Moment. Schlaf Probleme. So viel Geld zu wälzen ist unbequem. Ey, Real Talk, das Bound. Ja, Mann, das merkt man, merkt man. Real Talk, I'm sorry. Aber das klingt einfach besser als so viele. Das klingt einfach besser als so ernsthafter Rap, der gejopft wird. Und das war 1980 einfach. Ja, genau. Das ist 30 Jahre her. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen Dad Adam inspired. Ach ja, stimmt. Ich habe ja, genau, ich habe ja XD nachgemacht. Mama, kannst du noch Dad Adam kaufen? Wir haben Dad Adam zu Hause. Dad Adam zu Hause. Ich hatte eigentlich vor, dass wir mehr Videos miteinander gucken, aber ich glaube, das reicht. Ich glaube, dieses Video reicht. Mehr müssen wir gar nicht miteinander gucken. Ey, lass es demnächst mal wieder machen, dass wir so alte Sachen gucken. Ach so. Ich dachte, dieser Video ist ... Niemals, niemals. Crazy Zeit, crazy Zeit.